Ausgangspunkt ist diesmal ein Gesellschaftsspiel, das wahrscheinlich jeder kennt. In Tabu geht es darum, den MitspielerInnen Wörter möglichst schnell zu erklären, aber ohne einen der unten stehenden Begriffe zu nennen. Das ist Tabu. Die naheliegendste Möglichkeit ist jetzt natürlich ein bedeutungsähnliches Wort zu finden. Bei locker könnte man sagen, anderes Wort für lose oder wackelig. Das kennen wir als Synonymie. Man kann unterscheiden zwischen der totalen und der partiellen Synonymie. Es ist umstritten, ob es die totale Synonymie überhaupt gibt, denn damit ist eine vollständige Bedeutungsgleichheit in allen Kontexten gemeint. Es gibt Wörter, die in sehr vielen Kontexten austauschbar sind, zum Beispiel die Verben beginnen und anfangen. Aber auch hier lassen sich Kontexte denken, in denen sie eben nicht austauschbar sind, zum Beispiel im Spruch, damit kann ich nichts anfangen. Der Normalfall ist jedenfalls die partielle Synonymie, bei der kleine Unterschiede bestehen. Zum Beispiel auf stilistischer Ebene. Auf einer Beerdigung wäre es nicht unbedingt angebracht zu sagen, Opa ist abgekratzt. Auch regionale Unterschiede können bestehen, aber auch fachsprachliche. In der Fachsprache sind das dann häufig Fremdwörter, Synonymie entsteht aber generell häufig durch Entlehnung. Ein Synonym zu nennen ist aber natürlich nicht die einzige Strategie, gerade bei Adjektiven kann man ja auch das Gegenteil des Begriffs benutzen. Deshalb ist fest hier ja auch eins der Wörter, die man nicht sagen darf. Damit sind wir dann auch schon bei der Antonomie, also bei der Gegensatzbeziehung. Auch hier können wir eine Unterscheidung treffen, nämlich zwischen der relativen Antonomie und der komplementären Antonomie, auch Kontradiktion. Ersteres beschreibt einen graduellen Gegensatz, hier haben wir also eine Skala. Bei warm-kalt sind auch Zwischenstufen wie lauwarm oder kühl möglich, oder auch Steigerungen wie heiß. Anders bei der komplementären Antonomie, hier sind keine Zwischenstufen möglich. Entweder ist man tot oder lebendig. Bei Adjektiven sieht man das auch daran, dass sie in der jeweiligen Bedeutung nicht steigerbar sind. Tod, Töter am tötesten. Häufig werden in der Forschung auch noch andere Gegensatzkategorien angesetzt, zum Beispiel die Konversion, bei der ein perspektivischer Gegensatz vorliegt. Was für die einen kaufen ist, ist für die anderen verkaufen. Bei locker fest haben wir also eine relative Antonomie. Aber gehen wir mal vom Lockerbeispiel weg. Vor vielen Jahren habe ich mal als Geburtstagsgeschenk für meine Mutter schwäbische Tabukarten erstellt. Das standarddeutsche Wort habe ich immer in Klammern drunter geschrieben. Druckerle und Fernbedienung sind also partielle Synonyme. Bei Gosch, das ist natürlich ein Wort, das nicht nur im Schwäbischen vorkommt, da habe ich sogar mehrere partielle Synonyme drunter geschrieben, die man nicht sagen darf. Wir haben hier aber auch noch eine andere Relation. Ein Knopf ist ein Teil der Fernbedienung, genauso wie die Gosch bzw. der Mund ein Teil des Gesichts ist. Diese Teil-Ganzes-Beziehung bezeichnet man als Meronymie. Ähnlich aber doch ein bisschen anders ist es, wenn wir Xels und Brotaufstrich miteinander vergleichen. Brotaufstrich ist hier der Oberbegriff. Man spricht auch von Hyperonymie. Die bisherigen semantischen Relationen bezeichnen wir als paradigmatisch. Das heißt, wir können das Wort eklig in diesem Satz mit verschiedenen anderen Wörtern austauschen, zum Beispiel mit dem Synonym widerlich oder dem Antonym lecker. Dem stehen die syntagmatischen Relationen gegenüber, also Relationen auf der horizontalen Ebene. Zum Beispiel kommt das Substantiv Essen häufig mit dem Adjektiv eklig vor. Mit anderen Adjektiven kommt es weit weniger häufig vor und mit einigen ist es gar nicht verträglich. Das Essen in der Mensa ist müde wäre zum Beispiel ein seltsamer Satz, weil müde in seiner Grundbedeutung nur auf Personen bezogen werden kann. Wichtig, diese Unterscheidung zwischen paradigmatisch und syntagmatisch gibt es nicht nur in der Semantik, sondern auch auf den anderen Sprachebenen. In der Phonologie kann ich zum Beispiel auch einzelne Laute austauschen und Minimalpaare bilden. Darum ging es schon in einem anderen Video. Auch bei schlechten Übersetzungen merkt man häufig, dass man bestimmte Sachen so nicht sagen würde. Hier ein sehr schönes Beispiel. Das Verb ragen wird hier auf eine Person bezogen, was aber eben nicht üblich ist. Man spricht hier auch von semantischer Unverträglichkeit bzw. Inkompatibilität. Aus diesem Grund müssen solche syntagmatischen Beziehungen im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht eingeübt werden. Also welches Wort kommt häufig mit anderen Wörtern vor? Man spricht hier häufig von Kollokationen. Es gibt aber mehrere Begriffe dafür. Dieses Beispiel aus einem Lehrbuch von 1997 zeige ich auch deshalb, weil Kollokationen teilweise auch schon veraltet sein können. Ich würde mir bei dieser Aufgabe ehrlich gesagt auch schwer tun. In einem heutigen Lehrbuch wäre sowas schon gar nicht mehr drin natürlich. Natürlich kann es aber auch zu einem bewussten Regelverstoß kommen. Dafür gibt es haufenweise Beispiele, etwa dieses Gedicht von August Stramm während des Ersten Weltkrieges. Hier wird mit solchen Unverträglichkeiten gespielt. Ein Fenster kann eigentlich nicht grinsen. Damit wird aber, so meine ganz oberflächliche Interpretation, eine unheimliche Atmosphäre entfacht. Bei diesen syntagmatischen Relationen lassen sich auch Abstufungen machen. Auch wenn ich da jetzt nicht ins Detail gehe, noch ein Beispiel. Bei einem Satz wie er bellt, wissen sie eigentlich nicht, worauf sich das Pronomen bezieht. Und trotzdem haben sie automatisch an einen Hund gedacht, weil bellen eben nur das Lexem Hund impliziert. Zwischen bellen und Hund besteht also eine starke Verbindung. Nur in metaphorischer Bedeutung kann das auch bei Menschen vorkommen. Also der General bellt die Befehle oder sowas. Die stärkste Form der Kollokation ist der Phraseologismus, also eine feste Wendung. Dazu könnte man auch Halt-Dai-Gosch zählen, weshalb ich hier Halten ja mit auf die Karte geschrieben habe. Meine These lautet, dass in Tabur häufig diese syntagmatische Ebene unterschätzt wird. Das heißt, mit solchen Wortverbindungen kann man eigentlich viele Begriffe sehr schnell erklären. Zum Schluss will ich noch ein Brettspiel nennen, das mir auch sehr gut gefällt, und zwar Codenames. Gut, das kenne ich jetzt vielleicht nicht ganz so viele wie Tabu, ist jetzt aber auch kein Geheimtipp, war vor ein paar Jahren auch Spiel des Jahres. Ich will das Spiel jetzt gar nicht lang erklären. Kurz gesagt geht es darum, Verbindungen zwischen verschiedenen Wörtern zu finden. Der Erklärer im blauen Team muss unter anderem Leitung und Bad erklären. Das könnte er mit dem Hinweis Wasser tun. Darin besteht aber die Gefahr, dass die MitspielerInnen auf das Wort Salz klicken, das zum roten Team gehört. Oder noch schlimmer, auf Taucher, das ist nämlich der schwarze Begriff, womit das Spiel sofort beendet ist. Sehr häufig werden Hyperonyme gebildet. Beispielsweise könnte der Erklärer im roten Team das Wort Tier als Hinweis geben und hätte damit Vogel, Löwe und Affe abgedeckt. Dummerweise aber auch Falke und Bulle mit drin, die nicht dazu gehören. Es ist also gar nicht so leicht, man muss sich immer gut überlegen, welchen Hinweis man gibt, damit die anderen auf die richtigen Wörter tippen. Ich bin jetzt kein Spiele-Experte, habe aber schon den Eindruck, dass so Spiele, in denen die Kommunikation in irgendeiner Weise eingeschränkt ist, in letzter Zeit im Trend sind. Also zum Beispiel dieses hier. Oder auch dieses hier. Und dieses sehr schöne Spiel. Dazu mache ich vielleicht sogar mal noch ein eigenes Video. Und natürlich interessiert mich auch, welche weiteren Sprachspiele Sie bzw. Ihr empfehlen könnt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Instagram oder Twitter. oder auf Instagram 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 oder auf